hallo und herzlich willkommen zurück zu verändern wir waren hier letztens und haben den da fast gemacht so nehmen wir lassen und tun blieb weit so wir kaufen doch ich würde müssen wir kaufen uns mal waffen weil es ein erfolg dass man alle waffen besitzen könnten auch irgendwas anders machen aber von der waffen kaufen ich will reden ich bin euch stets gern zu diensten meine herren und meister ich bin euch stets gern zu diensten hey denn kann ich nichts kaufen was für eine glöder sack gehen wir halt hoch und machen den spion wir müssen alle händler umbringen alle wächter umbringen und keine räuber anhören und ist alle also alleine alles alleine umbringen einmal noch mehr warte von warte von ich bin eine getarnte räuber geheimagenten otto unser agent hat heimlich eine händlergruppe infiltriert aber das netz zieht sich um ihn zusammen wir müssen ihn rausholen was heißt hier wir meine räuberbosse erklären an mir meine räuberbosse erklären an mir das kommt mir irgendwie bekannt vor tanja tatjana wir wollen eine handelskarawane überfallen otto gehört zu uns und reißt in kognito mit er hat bereits ein paar sachen geklaut wir müssen unseren mann da rausholen bevor die karawane dort eintritt ihr könnt ihn leicht erkennen er ist der mit dem großen schnäuzer sucht ihn erregt seine aufmerksamkeit oder bringt ihn dazu euch zu folgen dann müsst ihr mit ihm zurück nach nordbauston tanja und ich erwarten euch dort wir helfen euch aber wir sind nicht dumm das kostet euch 100 gold stücke pro mann aber sämtliche beute die wir unterwegs machen gehört euch die karawane entkommt die karawane entkommt da ist erstmal alle wächter ja was wir machen dann nochmal alles umbringen und alleine mich wächter aber nicht mich ihr blöden secke warum schlägt ihr mich Nächsten Wächter. So, das ist erstmal der Wächter. Bis jetzt. Gucken, was im nächsten Abteil kommt. Ob wir auch Wächter kommen? Großer Schnauzer ist der da, gut. Ja. So, ich bringe jetzt mal alle Wächter. So, ich bringe jetzt mal alle Wächter. Ja. Ihr kennt ja die Prozedur, leider. Ich mach weiter, wenn sie auf die Konsole geht. Bis dahin. Tschüss. So, ich bringe jetzt mal alle Wächter. 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 So, ich bringe jetzt mal alle Wächter.